Ja, streck dich mal an. Streck dich mal an. Kennst du den Loppaus? Hast du schon Hallo gesagt? Ja, weißt du. Du musst doch Hallo sagen, ne? Ja, ganz toll. Ganz toll. Jetzt sag noch mal Papa, also da würdest du mich sehr sehr überraschen. Sag noch Mama. Oder Mama. Aber jetzt natürlich nicht. Mama. Ich hab ihm gesagt, wenn der Mann mit der Kamera kommt, dann sagst du bitte nichts mehr. Ja, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, das schmeckt dir natürlich. Das schmeckt dir natürlich. Du bist ja... Also das ist doch ein Sprung. Also und wahrscheinlich. Als du eben reinkamst, sagt der Papa. Ja, das ist ja toll. Und... Essen kannst du auch, ne? Ja. Es ist nicht zu glauben. Pa, 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 pa. Los! Pa, 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 pa. Hm, was schießt du mich so an? Was schießt du mich an? Ja. Was schießt du mich an? Oh Gott, schau jetzt mit. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ja, mein Gott. Was ist schon. Anna, mein Gott. So hässet dich. Vielen Dank.